ja halli hallo leute ich bin bei 19 93 heute mal mit einer kleinen ankündigung und zwar ich wohne hier auf dem schönen land und beim innernäher schätze 100 kilometer weiter weg ist eine klinik die heißt Sankt-Vinzenz-Krankenhaus dort werden Kinder behandelt und verschiedene Krankheiten über Neurologie dann Kinderfachabteilung Hals-Nasen-Ohren-Ärzte und so weiter und da habe ich mir gedacht den Kindern die dort liegen vielleicht mal etwas Gutes zu tun und da habe ich mir überlegt ein kleines eine kleine Spendenaktion zu starten die wird sich so aufbauen dass ich verschiedene Games zocken tun zum Beispiel Eurotruck Simulator 2 LS15, LS13 und ich weiß ich noch so weit es hier rumliegen habe und pro Wert den ich erspielt habe zum Beispiel bei Eurotruck Simulator 2 pro 100 Kilometer oder bei LS15 plus 200 wie alle 200.000 Tonnen oder zwei Tonnen die ich da spiele gibt es einen gewissen Beitrag in eine Spendendose diese Spendendose wird komplett zu sein es ist also wie eine Konservendose komplett zu da kommt keiner dran da wird auch nichts rausgenommen und diese Spardose sobald die die Spardose voll ist wird das ganze Geld von mir persönlich an den Klinikleiter des Sankt-Vinzenz-Krankenhaus von mir persönlich übergeben und natürlich könnte auch ihr damit mitmachen wie ihr könnt eine ja eine Spende so hoch wie ihr wollt ob 10 Cent oder 1 Euro 10 Cent ist schon würden die Kinder schon übertrieben freuen auf ein Paypal Konto ja schicken das Konto wird schon mit eingerichtete extra für diese Aktion und dieses alles was da eingegangen ist wird dann mit zu dieser Klinik genommen und dort mit dem Klinikleiter übergeben ja mit dem Geld sollen für die Kinder Spielzeuge oder Spiele oder sonstiges gekauft werden und höher diese Aktion denke ich mal wird am Wochenende starten am Wochenende oder nächste Woche zum Beispiel grünes Lichter Klinik ab wie das ganze starten aber dieses grünes Licht habe ich schon mit einer ja mit einem Fuß schon in der Hand ich war jetzt auf eine Rückmeldung der dafür zuständigen Person und ja ich würde mich freuen wenn ihr fleißig Werbung macht schon mal fleißig Abos besorgt denn für jeden Abonnenten den ich neu krieg werfe ich einen Euro in die Spardose einen Euro für jeden Abonnenten und ja ich würde mich über eure Resonanz über das Projekt freuen gegebenenfalls viel Werbung machen wer im LS 15 im Landwirtschaftssimulator 2015 an dem Projekt teilnehmen möchte einfach mir eine PN schreiben ich werde dann auf meinem Server das ganze entsprechend anrichten mit dem neuen Spielstand quasi bei null anfangen und ja dann schauen wir mal was dabei rauskommt ja und ich danke euch schon mal fürs Zuschauen ich hoffe es das Projekt gefällt euch ist immer für einen guten Zweck für krebskranke Kinder oder allgemein für kranke Kinder und ja dann freue ich mich schon mal über eure Resonanz um euer Zuschauen und ja dann sage ich mal bis dennne